Wo kann Dusty gehen? Ja, können wir machen. Komisch, so den besten Punkt, den es gibt, geht halt keiner hin, gell. Ja. So Dusty und Tilt jetzt sind so die besten Punkte für dich. Wir sind halt immer noch im Team-Modus. Das ist halt das. Wir müssen halt gucken. Aber ich brauche nur noch, ich muss nur noch 50 Prozent machen. Also nicht mehr 50 Prozent, sondern 50 Punkte muss ich noch machen und dann habe ich es fertig. Dann können wir den Wurzeln gucken. Boah, weißt du, schaffe ich das noch rein? Und dann bleib ich am Rand stehen. Also ich schon rein. Boah, das ist aber auch knapp. Alter, war das knapp. Ich habe die neuen Granaten, die Stinkbomben. Ah, nicht, Stinkbomben, okay. Kann man ja mal mitnehmen. Heavy Pump, Heavy Pump Lila. Oh, krank, gut. Deswegen mag ich das. Da geht keiner hin. Und du kannst aber trotzdem die Gluten. Ja. Und ich habe noch ein Fitness. Ja, gut. Ich sehe ein Mad Kid, aber kann ich nicht wuchen. Belastend. Belastend, ja. Oh, nice. Mies. Okay, ich habe bis jetzt noch keine. Und noch ein Server. Ich habe bis jetzt noch keine Pump. Ey, die sind... Oh, da kommen welche, da kommen welche. Noch ein Bigness. Da kommen welche. Da kommen welche. Komm, welche. Komm, wir können die ein Bigness. Komm, mehr. Ja. Da oben, die sind da oben. Ja. Ab ihn. War der direkt tot? Ja, der war direkt down. Okay. Ich gehe hoch. Ja, mach das. Gucken wir, wie gut was an Blut war. Der hatte Mies dabei. Der hat einfach mit der Scope da eher reingeschossen. Der hat so auf eine Verzweiflungsattacke gemacht. Ja, das war dann ja. Wenn du Mad Kid brauchst... Ja, ich brauche mich schon. Ah, ne Sturmgewehr, noch besser, brauche ich keine Burst mehr. Ah, Armonie. Oh, Pempelgranaten, geil. Perfekt. Lecker. Ey, hier liegt ne Pump. Du brauchst. Ja, brauche ich auf jeden Fallen. Hast du ne Sniper, wenn du willst? Oh, ja, natürlich, Alter. Wo, wo ich die Pump und wo die Sniper? Ah, gut, die Pump. Ähm, Sniper ist weiter oben. Sniper muss einfach hoch. Ähm, gib mal die Munition dafür. Ich hab immer 12 Schuss, gell? Nie, mehr oder nie weniger. So. Also, ich bin jetzt bereit, schon mal... Gesundheit. Lass mal hoch, ne Al-Zudastic. Ich könnte mir vorstellen, dass der da war, aber der war wahrscheinlich... hat wahrscheinlich nicht gründlich genootet. Ja. Ey, das ist alles. Ich bräuchte auch mal einen Stein. Hier sind so wenige Steine jetzt auf einmal wieder. Ja, die wurden ja eigentlich fast alle mitgenommen. Das hat den Bauch noch welche gesessen gemacht. Er hat auf jeden Fall die Kiste hier genootet. Ja, aber auch nur die Kiste. Er hat ihn liegen lassen. Naja, der ist ja gar nicht gelootet, der hat nur die Kiste gelootet, ist direkt runter. Weil er denkt, er ist, äh, Profi. Och, mein... Meine, äh, goldenen Zwillingspistolen. Da nehme ich die Pump. Ja, macht das. Also, ich habe jetzt wieder eine schwere und goldene Zwillingspistolen. Ja, ich habe double grüne Pump-Action, aber... Ich muss auf jeden Fall reißen. Ja. So. Ich guck mal, ob ich hier irgendwelche Leute sehe. Nix. Nix sehe ich. Hier oben liegt Autosniper auf dem Dach. Brauche ich nicht, aber die Munition brauche ich nicht. Ja. Ja, Muni war nicht dabei. Bei der... Ja, dann hat er die genau... Warte ich, aber ich habe auch noch was, komm, ja. So, sollen wir hier oben direkt mal bleiben? Wir sind genau mitten in der Zone. Ja, dann bleiben wir hier mal. Ja. Oh, ich sehe einen Job. Job Richtung Nut Lake. Der ist... Siehst den? Ja, der lass holen, lass holen. Ja. Den müssen wir jetzt holen. Weil wir haben eigentlich von den guten Loots. Und selbst wenn wir sterben, du hast eigentlich dein Ding schon erreicht. Ja. Aber ich glaube, dass wir dort rechtzeitig hinkommen. Aber wir müssen immer mit Gegnern rechnen. Ich habe drei Pempelgranaten. Ich habe eine Stinkgranate noch. Und die sind mega-op, also... Versuch die einfach direkt auf den... Wenn da welche sind, direkt auf den Drop schmeißen. Yes, man, da sind keine. Ich baue ein und guck, was drin ist. Ja, warte, ich komme direkt mit. Aber auf Loot Lake sind welche. Da ich sehe auf jeden Fall einen Weg, der gebaut wurde. Warte, ich mache einfach schnell auf. Ich mache schnell auf. Ich mache schnell auf. Raketenwerfer. Nimm du, nimm du. Warte, ich gebe dir die Munition. Ja. Und jetzt auf. Sollen wir wieder nach Dasti auf... Ja, lass zurück zu Dasti. Ja. Alter, ich habe jetzt... Guck mal. Ich habe zwei goldene Sachen. Eine lila ne Sache und zwei grüne Sachen. Also ich habe eine grüne... Ich habe jetzt drei grüne Sachen. Eine lila ne und eine blaue. Ja. Ich habe goldene Zwillingspistole. Ich habe goldene Raketenwerfer. Lila. Sturmgewehr. Und ein Mini-Shirly. Ja. Hast du Material? Ich habe gar nicht. Ja, ich habe Material. Warte, lass hier noch Bäume abbauen und so, dann... Ja, okay. Weil ich brauche... Ich kann dir dann noch was geben. Ich gehe mal da hoch und baue Bäume ab. Ja. Lass das mal kurz schnell machen. Alter. Was ist mir gerade mal so auffällt? Hä? Ja. Wenn du auf Raketenwerfer wechselst, geht dein Charakter ein bisschen mehr nach links. Ja, das ist... Das ist mir schon hochgefallen. Also... Einfach, ich glaube einfach, weil die Waffe so groß ist. Ja. Die Waffe ist einfach, glaub... Das ist so groß. Eigentlich wurde gebaut. Auf jeden Fall. Muss mir jetzt... Oh fuck. Ne, lass nicht da rein. Aufkommen, lass da wieder nach rum. Zu uns rum. Platz. Ach, wo ist App nachrichten? So. Auf geht's. Na hoch. Oh, Alter. Hast du dich das noch hoch gebaut, oder? Ja. Ja, das war ich. Ich hab extra noch so einen Weg gebaut. Wie heute hast du? Ich... Fast 500. Fast 500. Fast 500. 500. Ich hab 150. Oh, in das wird geschossen, ne? Lass trotzdem auf unseren Base-Teil gehen, ne? Lass noch was. Warte kurz. Okay, komm. Okay, komm. Okay, komm. Lass ihn noch ein bisschen höher bauen. Ja. Warte, ich bauch. Ey, weg in den Marsch. So. Hast du noch Material? Ja. Kannst du noch mal gehen? Ich hab nix. Also wenn du... Warte. Ähm. Warte hier. Äh. Ich geb dir mal... 100 irgendwas. Komm hier hoch, dann... Komm hoch, dann brauche ich hier... So ne Plattform. Und für dich. Oh, knapp. Da wo sind die Feinde? Ich seh ein... Nein! Ganz knapp. Ganz knapp. Im Tunnel dort gewesen. Da? Ja, da rein war der. Oh. Wecker. Ich hab gedacht, die fliegen viel... Ah, da vorne rausgebracht. Oh, ganz knapp. Nein. Ich hab nix an Karate. Eww. Ich hab nix an Karate. Ich hab keine Muni mehr für Raketenmärkte. Ja, dann müssen wir jetzt gucken. Der hat Sniper auf jeden Fall. Aber wir haben den High Ground. Ja, das ist schon mal unser Vorteil. Wir müssen gucken, dass wir hier jetzt nicht von hinten attackiert werden. Ich hab nicht mehr viel Muni. Oh, mein Gott. Ich hab dich auf jeden Fall. D Democratenarte. Ich hab nicht. Oh, mein Gott. was ist das die haben beide den kack rundes gehen wenn wir die runde gewinnen der mega geil da einer ich habe noch neun schuss neun schossen einfach ja ich kann ja auch nichts geben also wir könnten ein kurschen gehen die hauen ab und von der anderen seite werden wir auch noch von sw von sw wir sind noch gut wir sind auch relativ nicht mehr viel ich habe auch nichts mehr wurde also auf uns wird gesnipet richtung ist also sws und so man die knapp aufgaben oder nein 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 niemals das ist schon krass ja das ist das macht danach du spielen oder ja danach können wir auf jeden fall durch spielen auch nicht wird geschockt musste hier rüber kommen ein gehüttert siehst du das sehe ich jetzt froh da wird auch gebaut bei so ja ja ich sehe ich sehe ich halt da die pushen uns halt wirklich komplett jetzt jetzt von wo von wo war der schuss alter wir müssen echt gucken ich habe kein material mehr wir müssen in die zone kommt wir müssen die zone hatten wir müssen runter in dass sie rein ja lange lass hier oben raus komm ja ok komm können wir machen gut so von dort aus können wir jetzt fliehen lass mal äh die rein und weiß nicht da kommen jetzt noch ok dann kommt weil ich könnte raketen brauchen und ich könnte mein material brauchen ich kann jetzt mal so ein sprung stein ich kann ich noch eine lila da liegen zweimal lila wenn du willst ja ich habe leider nichts für dich so ich nehme noch auch raketen raketen so eine sache die könnte ich mal brauchen aber ich finde es nicht wenn ich muni kiste aufmach kommt alles aber keine raketen auch keine raketen kann es denn das raketen muni irgendwie jeder mitnimmt äh natürlich nimmt das jeder mit soll ich mal eine äh scoped AR mitnehmen anstatt eine sniper mit falle playings soll ich mal mitnehmen egal ja dann wo finden wir alte verweist was ich unlogisch finde an der am raketenwerfer ist ja immer noch eine rakete dran obwohl ich keine munition mehr für hab ja das ist irgendwie ein bissle bescheuert alter nur kleine munition äh ich so ich hab mal äh ich hab mal hier was geplaced dann müsste man sich mal die abfangen ja eine scoped AR habe ich jetzt mal mitgenommen warte ich baue da ja genau gut bis jetzt höre ich aber echt nichts boah es leben halt nicht mehr viele gell ist er oh es ist ein loot drop aber da das wäre zu gefährlich ey das ist nur noch wenn das ist wahrscheinlich eigentlich nur noch ein team und wir gell ja das müssen wir jetzt komm lass in die zone lass in die zone lass kurz den loot drop von da oben holen ich sag dir unsere gier nach loot wird uns vernichten ja aber wir müssen dort jetzt hin ehrlich das das geht nicht anders es geht einfach nicht anders ich habe auch nicht hoffentlich ist das kein hoffentlich ist das kein ganzes team so am besten so 22 teams so dass wir doch als dritte da mein gott dann online der loot shop gut 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 hoffentlich raketen munition für dich ich mach ich mach double rocket oder mit ja ich habe mir kurz noch ein bg gut 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 und jetzt auf in die zähne oh mein gott ja die sind schon zonen die sind zone scheiße ja dann lass außen rum lass außen rum du weißt wie ich das meine ich habe versucht zu pressern aber ging nicht lass außen rum wir müssen außen rum in die zone die zone dauert ein bisschen länger und ich habe keinen mazarin ich habe einfach keinen mazarin die kommt ja auch noch eine minute ich habe jetzt für jeden raketenwerfer noch einen schuss und einen zum nachladen also drei schuss also ja ich habe gar nicht jetzt guck jetzt müssen wir so in die zone muss uns halt beeilen ja wenn ich mir wenn bio wenn bio installiert ist und die heute Abend noch zocken darf ich habe es auf die ist neigen auf uns gel ja 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 die versuchen auf uns zu snipen na sie versuchen es ich bin in der zone ich bin in der zone verstecken es sind zwei teams es sind zwei teams also okay gut wir müssen in die zone guck mal hier das haus mehr was aber das ist noch nicht ganz normal also ich habe nichts zum wielen falls ich habe ich habe eine goldene sniper bekommen aus dem job also ist die qualität also wir haben auf der einen seite einen fetten mithaltung von gegnern und dann haben wir dahinten noch das heißt es sind wahrscheinlich wir zwei einer alleine und zwei oder so noch das heißt am besten sollten wir erst mal den der alleine ist was wir gehen mal hier ins haus immer wenn wir nicht geplant haben er spielen wir ohne zu wissen dasselbe runde werbung nur ich habe eigentlich und das haben wir nichts okay ich habe hier eine falle geplästet ja gut gibt es noch hintereingang würde ich da auch noch eine falle machen ja noch mal machen ja hier wollen wir sind mitten in der zone ja ich habe 200 material an holz gut gut aber pass auf die sind überall fenster ja also ich habe jetzt insgesamt 60 ja aber kommen wir sind gut sind gerade noch gut in der zone na ja wir müssen eigentlich müssen eigentlich jetzt herunter kommen außer damit halte und die haben es gut schau mal ob da einer ist ich habe ihn habe ihn habe ihn habe ihn ich habe ihn auch kaputt hast du schweizer muni sniper muni ne ich habe 18 schutz des leipers hier ist noch holz der hatte übertrieben viel holz ich habe 99 holz ich habe auch noch 200 bekommen oh mein gott das ist gut das ist noch ein gegner noch ein gegner okay noch ein gegner digga kommt kommt und wir gewinnen team aber trotzdem dazu übertrieben rangehen wir haben wir haben noch eine minute wir können das haus loggen der ist hier drin der ist da drinnen wir haben das ist im mithalturm der ist im mithalturm der ist im mithalturm die werden dann außer bitte schieb ich wurde heftig getroffen ich wurde heftig getroffen wir können jump pad pläsen konsumiert oh nein ist das dein ernst hör auf wir müssen wir müssen gucken dass wir jetzt hier pass auf pass auf pass auf pass auf ja er muss nachladen ich habe hier gepläst ich habe ein jump pad gepläst ich habe ein jump pad gepläst ich habe ihn nicht gegeben ich habe ihn nicht gegeben der ist da der ist da der ist da hab ihn hit mit der pistole noch nicht und ich habe ihn headshot mit der pistole geben 36 ich habe mich versteckt ja gewonnen oh mein gott die sieger sieger wir haben gewonnen wir gucken drei leute zu alter krank man zwei kills man ein fall mit